Das unsichtbare Geschenk Ein Countdown zum Pfingstfest Gelesen von Sibylle Dankowa Dicke Luft in der Familie Ich sehe das nicht mehr ein, dass ich immer alleine an allem hänge, schimpft Mama Dorothee. Sie waren heute lange im Krankenhaus zu Besuch bei Jochen. Dorothee hatte aber eigentlich noch vieles für einen Vortrag vorzubereiten, den sie am Montag halten muss. Außerdem sind ja Oma und Opa wieder zum Essen angemeldet und irgendwie hat sie das Gefühl, da auch nicht einfach nur ein Brot hinstellen zu können. Außerdem hatten sie ja alle seit dem späten Frühstück nichts mehr gegessen. Dorothee hat Amelie gebeten, eine Rohkostplatte zu richten. Aber Amelie streikte. Für Dorothee ist die Luft einfach raus. Und das, obwohl Sonntagabend ist und doch so viel für die neue Woche unerledigt. Noch dazu nervte Konstantin. Seit er seinen Papa im Krankenhaus besucht hat, ist er wieder auf dem Trip, sich selbst die Schuld dafür zu geben, dass Jochen gestürzt ist. Sie hat ihm oft genug erklärt, dass er sich deswegen nicht die Schuld geben muss. Aber er ist in Zerstörlaune und hat gerade seinen Legoflieger zertrümmert. Die Steine liegen quer vor der Küchentür. Von außen betrachtet, verändert sich die Stimmung schon durch die Gegenwart von Oma und Opa. Alle scheinen sich plötzlich am Riemen reißen zu wollen, aber im Inneren von Dorothee und Konstantin hat sich nichts geändert. Oh, hier drin ist dicke Luft, bemerkt Oma Magdalena messerscharf. Keiner antwortet. Amelie geht in die Küche und hilft jetzt doch ihrer Mutter. Magdalena und Johann stehen etwas verloren da. Während Oma Magdalena ihre Handtasche auf dem Sideboard abstellt, geht Opa Johann auf Konstantin zu. Was ist denn hier passiert? Ist eine Bombe eingeschlagen? fragt er so, als wäre er im Spiel ein Kommissar, der gerade an einen Tatort kommt, bei dem ein Flugzeug abgeschossen wurde. Doch Konstantin kann nicht auf das Spielangebot eingehen. Opa setzt sich an den Tisch und lädt Konstantin mit einer Handbewegung ein, auf seinen Schoß zu kommen. Was ist denn los? fragt er mit besorgter Zärtlichkeit. Ich bin schuld, dass Papa im Krankenhaus liegt, antwortet Konstantin kleinlaut. Das glaubst du noch immer? stellt Opa fest. Konstantin sagt nichts und schmiegt sich nur an Opas Brust. Opa streichelt über seine Haare. Amelie bringt Platten aus der Küche, tritt dabei auf Legosteine und schimpft. Jetzt räum mal deine Steine weg, Konstantin! Oder soll sich hier noch jemand das Bein brechen? Das ist ein weiterer Stich ins Bubenherz. Weinend stapft er zur Küchentür und gibt den Steinen einen Tritt, da sie fliegen. Opa Johann betet im Stillen um den Geist der Einsicht. Das hat ihm schon oft geholfen, um eine Situation zu entschärfen. Oma Magdalena ergreift das Wort. Ich habe eine Idee. Kommt doch mal bitte alle hier zu mir. Alle gehorchen aufs Wort. Vielleicht, weil sie wissen, dass Oma ein gutes Gespür dafür hat, was jetzt dran ist. Das ist wirklich eine Gabe. Ich schlage vor, dass wir heute die Reihenfolge etwas ändern. Wir spielen heute etwas vor dem Essen. Wer von uns kann die Luft am längsten anhalten? Bei drei geht es los. Eins, zwei und... Alle holen Tiefluft. Drei. Opa Johann hat die Backen ganz fest aufgeblasen. Das sieht lustig aus. Dabei dreht er die Augen so heraus, dass Konstantin nicht anders kann, als zu lachen. Jetzt muss auch Amelie lachen. Opa drückt auf seine Backen und die Luft strömt mit einem unfeinen Geräusch aus seinem Mund. Aber Oma und Mama halten trotzdem durch. Oma läuft schon ganz rot an. Mama hat die Augen dabei geschlossen und scheint ewig halten zu können. Aber sie spürt auch, wie gut ihr das gerade tut. Auch das nächste Spiel tut ihr richtig gut. Es wird geschaut, wer am längsten ausatmen kann. Das macht Dorothee richtig ruhig. Es ist wie ein Zauber. Nach diesen kleinen Spielen scheint der Ärger wie weggeblasen. Ob wieder der Heilige Geist am Werk war? Konstantin räumt von allein die Steine weg. Amelie hilft schweigend, die Sachen aus der Küche aufzutragen. Dann sitzen alle ganz still am Tisch. Mama sagt, ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ich so genervt war. Es ist gerade alles etwas viel. Doch Konstantin und Amelie sehen ein, dass sie sich falsch benommen haben und auch sie entschuldigen sich. Mama reicht ihnen die Hände und es entsteht ein Kreis um den Tisch. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, stimmt Mama an und alle machen mit. Und was ist heute in deiner Handtasche, Oma? fragt Konstantin, nachdem das Essen schon fast vorbei ist. Opa und ich haben in der Pfingstgeschichte heute über den Satz nachgedacht, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Wir haben überlegt, woran man erkennen kann, dass jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und Johann meinte, dass solche Menschen eine gewisse Leichtigkeit dem Leben gegenüber haben. Der Heilige Geist ist für uns etwas Leichtes, Schwebendes. Deswegen wollen wir heute gerne Seifenblasen mit euch herstellen. Amelie ist begeistert. Oh, schön! Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, wenn ich mich heute an den Schreibtisch zurückziehe. Ich fühle mich leichter, wenn ich meine Arbeit geschafft habe, erklärt Mama Dorothee. Klar, kommt es fast wie aus einem Mund. Und Amelie kündigt an, dass sie sich darum kümmert, dass alles im Kühlschrank und Geschirrspüler landet. Danke euch, sagt Mama Dorothee und Opa Johann beende das Abendessen mit Dank sei Gott! Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.